Ich bin Annika und spiele zusammen mit Lars Gitarre. Es macht einfach super Spaß mit allen Musik zu machen und es ist auch ein schöner Ausgleich zum Alltag. Ich bin der Jonas, ich spiele Trompete. Hier in der Band finde ich ganz lustig, wenn ich in der zweiten Reihe stehe, dass ich mit meiner Trompete den Sängerin die Haare wegpusten kann. Ich bin der Alexander und ich spiele hier die Cajon und ja, damit mache ich dann Rhythmen und kann auch die ganze Zeit sitzen. Also ich mache total gerne Musik und hier haben wir eine total nette Truppe zusammengestellt, mit der es mir total viel Spaß macht Musik zu machen und ich finde die Gottesdienste, die wir hier mitgestalten und auch mit jugendlichen Menschen gestalten, total lebendig. Ja, wir haben uns 2012 gegründet, Anfang des Jahres und eigentlich ist die Idee hinter der Areopark-Band die Gottesdienste des Areoparks, des christlichen Jugendcafés hier in Recklinghausen zu begleiten und daraus ist dann immer mehr geworden. Andere Gemeinden haben uns auch angefragt und ja, jetzt sind wir immer gut dabei, viele Termine im Jahr. Ein Stern vom Himmel gefreutet, sie spurt von Gottes Heil. So wie ich mich in meinen Augen so zieht die Eis aus dem See. So wie ich mich in meinen Augen so zieht die Eis aus dem See. So wie ich mich in meinen Augen so zieht die Geid. So wie ich mich in meinen Augen so zieht die Eis aus dem See. So wie ich mich in meinen Augen so zieht die